Okay, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Jetzt heißt es Dr. Wily. Oh, I shit my pants. Schießen! Geht nicht. Schießen! O.M.G. Ich habe viel von ihm gelesen und freue mich, dass ich gegen ihn kämpfen darf. Toll. Läufst du jetzt Wily hinterher, um ihn zu vernichten, oder springst du irgendeinem komischen, wahrscheinlich viel zu starken Roboter hinterher? Wir kämpfen jetzt gegen Punk. Punk ist einer der Mega-Man-Killer, ähnlich wie Enka aus Mega-Man 1. Nur, dass ich bei ihm nicht mal die Ahnung habe, was er drauf hat. Oh Gott. Nein! Wow! Mega-Man-Killer? Ich bin ein Mega-Man-Killer! Killer! Der ging sogar. Screw-Crusher. Okay. Oh yes. Die Augenbrauen Gameboy-Version. Ja, geil! Komm direkt ins Level und werde davon beschossen. Wie beschissen ist das denn? Ich hoffe ja, dass das das letzte Level ist. Och, Mann ey. Ich werde so unnötigerweise getroffen. Wieso gibt es hier Waffen-Energie? Wage ich es? Nee. Ich wag es nicht. Da gehe ich auch nur mal sicher. Ähm. Nein, nicht Shadow Naja, ist egal, mach doch Shadow Oh, 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 oh Eigentlich wollte ich Skull benutzen Kommt keiner mehr raus? Da kommt bestimmt gleich einer So, Rushjet Mach keinen Mist Ja, witzig, witzig Oh, ne Was ist das denn für eine miese Idee? Ähm, ne, auf den verzichte ich Wie soll ich auf den rankommen? Beziehungsweise, was soll es bringen? Ich brauch mal ganz schnell eine Idee Und Energie Und Energie wär cool Ja, ich weiß, ich hab Energy Tanks Aber ich will die nicht wirklich jetzt verballern Ist ja auch Quatsch Ich versuch grad das Level kennenzulernen Ich hab noch überlegt Gehst du besser wieder runter? Hätt ich machen sollen Yes Bitte, fang das Level nochmal von vorn an Die, die, die Speicherpunkte Wird ein bisschen fies gesetzt, finde ich Könnten öfters auftauchen Muss nicht, muss nicht Ist jetzt nur so eine Idee von mir Wunschdenken Ah, ich bin so hohl Ja, das bietet sich doch mal an Ja, boah Ah, da waren noch Schüsse auf dem Screen Was mir immer zum Verhängnis wird So Sachen wie Ich kann nur drei Schüsse abfeuern So, das mach ich blind Scheiße Äh Naja Im Zugegeben bis hierhin war es wirklich noch nicht so schwer Kann ich den blocken mit Skull? Na gut, oder so Oder so Ich bin ja auch langsam Nein Nein, 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 nein Wie uncool Da droppt ein bisschen Energie Und was mach ich? Äh Das ist schön Gut Ja Ihr seid meine Lieblingsteile Scheiße Wenn ich jetzt gleich drunter her slide Ne, ich geh einfach drüber Also wenn ihr jetzt Geräusche hört Irgendwie macht da ein Typ gerade die Heizung Und bohrt An der Heizung Ist das eine kluge Idee? Ich weiß ja nicht Nein 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 Stage Select Wo soll ich denn hin? Oh verdammt Ich wollte aber eigentlich Continue machen Lass dich bitte nochmal gegen Anka kämpfen Verdammte Kacke Das war doch nur so dahergesagt Wie dumm Wahrscheinlich klappt das jetzt nicht auf Anhieb Nach rechts Nach rechts Nach rechts Nach rechts Ich kann mich übrigens nicht bewegen Aber wenn meine Waffe schon chargen Das ist witzig Oh ja Besonders gut finde ich jetzt, dass ich vorhin nicht wusste, wie, äh... Ich habe ihn vorhin Enka genannt, oder? Ähm, wie, äh... Wie heißt der? Punk. Punk heißt der. Was für ein Bewegungsmuster Punk hat. Jetzt wusste ich's. Ich kann ihn nicht mehr machen. Ich bin zu blöd dafür. Der verlangt aber auch ein bisschen Konzentration, der gut. Oh. Nein! Ah, in die falsche Richtung geslidet. Das ist ja doof. Scheiße! Hätte ich jetzt eigentlich nach rechts laufen können? Oh ja, bitte. Bitte, bitte geh noch weiter nach vorn. Nein! Ah! Why you move so fast? mein flow von vorhin ist weg mein flow so was warum da drehe ich mich selber hart auf insbesondere weil ich diese zwischen sequenzier überspringen kann ich kann in der zwischenzeit auf die toilette gehen mir was zu trinken holen nach ikea fahren einkaufen zurückfahren die sachen aufbauen bei der hotline anrufen und fragen wo mein im bus schlüssel ist mir den liefern lassen nein warum sollte ich bei ikea anrufen ich habe genügend im bus schlüssel ja ich war mir irgendwie zu 100 prozent sicher dass er dass er oben lang fliegt und so kann man sich vertun nein warum ich folge jetzt wily ich habe keinen bock mehr ich und und Ich... Ich wollte schon wieder Sliden. Warum? Gehirn! Mach doch mal mit! Mann, ey. Der ist jetzt wirklich nicht schwer. Mh. Ja, ja, ja. Wir wissen's. Wir wissen's. Komm, mach weiter. Ich hab nicht ewig Zeit. Will ich so springen? Nein. Mh. Das ist nicht wahr, ey. Wovon ich mich wieder treffen lasse. Das ist unfassbar. Warum? Wieso vergiss ich die Scheiße immer? Oh, okay. Ah, doof. Doof, 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 doof. Ich bewundere diesen kurzen Zeitraum, in dem man diese Dinger treffen kann. Der Hammer. Halbes Leben weg. So, jetzt sprichst du mal nicht runter. Ausnahmsweise. Deswegen benutze ich immer Rush Jet. Genau deswegen. So, jetzt mal. Lala, lala. Continue? Gut, ich fange nicht bei Punk an. Das ist schön. Das wäre auch ein bisschen fies. Gibt es da eigentlich nicht irgendeine Waffe, womit ich da durch kann? Zum Beispiel Drill. Nein. Okay, ich kann Drill tatsächlich selber zünden. Ich weiß nicht, wieso ich das mal testen wollte. Das ist doch nicht wahr. Nein, von der Seite sind die... Man merkt, ich werde langsam blöd. Ich erzähle meine Gedankenlänge besser nicht. Ich könnte ja mal doch töten. Vielleicht droppen die irgendwas Schönes. Nein, stattdessen werde ich getroffen. Verliert Energie. Hammer. Von allen Waffen, die ich kriege, kriege ich eine, die beim ersten Mal nicht schießen. Oh, scheiße. Ich bin ein bisschen tief gerade. Muss ich gleich aufkasseln. Hör. Glück im Unglück. Warum mache ich das eigentlich? Da kann doch nichts Gutes bei rumkommen. Ich tue es trotzdem. Warum droppen die eigentlich nichts? Lauf, 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 lauf. Nur bis hierhin. Lauf, 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 lauf. Nein. Nein. Ich muss eigentlich nichts machen, außer einmal drauf schießen. Warum tue ich das nicht einfach? Nein. Nein. Oh, äfft euch. Nein. Nein. Das ganze verfickte Level nochmal von vorne. Nein. 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 Mich stört so hart, dass ich Rush hier nicht hoch und runter bewegen kann. Wie ich hier mit Energie gerade gefüttert wurde und sie nicht brauche. Nein, 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 du Vollidiot, du verdammter Vollidiot. Es war doch klar, dass das mal schief geht. Muss ich das provozieren? Ja, natürlich. Und wahrscheinlich ist das Level noch ewig lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.